Herzlich Willkommen meine Damen und Herren. Es kommt am Ende als letztes Beispiel hier eine wunderschöne Parabel, die jemand da aufgeschrieben hat und die passt haargenau auf die Panikkampagne von Politik und Medien. Der Tod sitzt vor der Stadtmauer und wartet. Ein Gelehrter kommt vorbei, setzt sich zu ihm und fragt, was tust du hier? Der Tod antwortet, ich gehe jetzt in die Stadt und hole mir 100 Menschen. Der Gelehrte rennt in die Stadt und ruft aufgeregt, der Tod wird kommen und 100 Menschen mitnehmen. Daraufhin rennen alle Menschen panisch in ihre Häuser und sperren sich über viele Wochen ein. 5000 Menschen sterben. Als der Gelehrte die Stadt verlässt, sitzt der Tod noch dort und der Gelehrte sagt zornig, du wolltest 100 Menschen holen, es waren aber 5000. Der Tod antwortete, ich habe 100 geholt, Kranke und Alte wie jede Woche. Den Rest hat die Angst geholt, für die du zuständig bist. Keine Ergänzung notwendig.